hallöchen zum fünften türchen jawoll ich komme gerade ganz frisch von draußen bin noch ein bisschen eingefroren kann noch die hände ein bisschen schwabbelig bewegen ich wabbelig ein bisschen starr aber ich bin jetzt einfach zu gespannt und kann jetzt mich nicht auftauen habe jetzt keine zeit weil heute ist der letzte adventskalender angekommen und es ist ein großes 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 paket von der lieben nancy vom kanal bastelfieber und ich habe es jetzt auch noch nicht aufgemacht hier an der seite ist geschenkpapier natürlich ein bisschen eingerissen weil ja wird halt werden halt gerne mal rumgeschmissen die teile aber man erkennt was drauf war und es ist wirklich wunderschön gestaltet auch von außen und ich reiße jetzt erst mal das papier ab ein sharp dolby surround system mit bluetooth und usc hübsches teilchen schönes teilchen so wie es aussieht werde ich mit dem geschenkpapier auch direkt das panzer tape entfernen können und hier ist sogar noch glitzer klebeband ich muss aber jetzt ehrlich sagen dass ich hier das glitzer klebeband das panzer tape das tue ich mir auf seite legen weil das klebt klebt noch und es glitzert schön hat nichts mit messi zu tun hat einfach nur damit was zu tun muss ja kann nicht alles weggeworfen werden das geschenkpapier werfe ich natürlich weg da haben wir noch mehr glitzer klebeband guck ich gleich mal was davon noch zugebrauchen ist noch mehr schau das mal auf seite allein hier das aufzumachen ist schon eine richtig coole freude hui das hast du aber ordentlich zugeklebt und ich habe es tatsächlich aufbekommen so so und offen ist es und ich mache euch mal gerade höher wenn das geht von innen auch noch mal mit geschenkpapier verkleidet und noch dieser flap ach so handy fall jetzt nicht runter so und so sieht der erste blick aus hier haben wir serviette auch schön die werde ich tatsächlich nicht zum basteln verwenden die werde ich tatsächlich benutzen obwohl die ist schön auf eine flasche ich lege sie mir auf jeden fall zur seite ach hier schauen wir uns gleich an lege ich zur seite bevor ich jetzt hier schon wieder anfangen zu labern die serviette die ist ja ulkig die ist ja ulkig hoch schon wieder weihnachten steht drauf und es riecht fruchtig guckt mal wie cool diese serviette ist auch ist die schön die hätte auch gekauft post für dich da vorgelesen werden lege ich erst mal zur seite oh ein toskanischer felsich bin ich sehr gespannt ich trinke diesen mediterranen felsich sehr gerne bin ich gespannt wie da der vergleich ist freut mich da haben wir noch eine ein herzlich lieb bad ich war gestern in der badewanne mit lebkuchen glaube ich genial ich liebe schaumbäder ich liebe schaumbäder werde ich aber auch erst mal zur seite legen und da ist noch mal eine von diesen coolen elch servietten und das ist nicht eingepackt das ist nicht eingepackt und das hier schauen ob eine nummer drauf auch keine nummer drauf okay auch keine nummer drauf so also ich sehe keine nummer und hier auch keine nummer und hier sind dann hier ist auch keine nummer ich mache euch mal gerade auf pause ich gucke mal gerade so da jawoll habe ich alles jetzt sortiert und geschaut und alles mir rausgelegt was ich jetzt schon öffnen darf beziehungsweise für zwischendurch das hier weiß ich nicht woran es war aber auf jeden fall habe ich alle adventskalender türen von 1 bis 24 jetzt beisammen und alles was keine beschriftung hat habe ich mir raus geholt und damit fange ich dann auch an und zwar erst mal erst mal mit den sachen die nicht eingepackt waren ich glaube hier war das pandan ja schon drauf erst mal mit den sachen die nicht eingepackt waren die offensichtlich sind und einmal zweimal sogar in zwei verschiedenen farbgebungen oder ist einfach nur mein licht die sind ja wohl mal so so wunder wunder wunderschön seht ihr es hier kommt gerade ich muss mal ein bisschen anders halten damit ich sehe was ihr seht weil von hier von rechts von links kommt gerade enorm die sonne guckt mal wie wunderschön die haben diesen märmlich ruhigen spiegeleffekt wunderschön und ich benutze dann aber auch die folie die quasi übrig ist weil da kann man ja auch noch kleine sternchen oder herzchen raus stanzen wunderschön ist das ein bogen oder zwei ich glaube es bestimmt wieder wieder nur einer wunderschön im kick könnt ihr die bekommen falls die euch interessiert guckt mal wie wunderschön ja das ist dieses dichroische zeug kann man dann auch super eingießen auch von hinten auch die sind ja wohl mal wirklich der absolute hit ne vielen 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 lieben dank und sie sind halt natürlich nicht nur so spiegel dich ruhig sondern auch hier watercolor bunt wunder 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 wunderschönes dicker alter hat der designer sich echt wieder mal mit übertroffen wunder wunderschöne sachen vielen lieben dank die sind richtig richtig schön und hier erdbeer ich hoffe dass du dich freust für deine challenge ja mega mäßig fit wie war fit wir und ich weiß das hat sie mir gesagt der ist arsch 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 teuer werbung wegen markennennung ich glaube sie bestellt oder sie hat gesagt sie bestellt oft bei anne wünsche und ein strawberry also erdbeere pure tox tee kräutermischung aromatisiert mit erdbeer geschmack biskurs blüten apfel stücke lemongrass karotten stücke natürliches aroma aronia beeren brennnessel blätter bohnenschalen moringa blätter stevia blätter oder das heißt es könnte auch schon sofort süß sein ohne dass man zucker benutzen muss erdbeerscheiben zwei prozent weinbeeren 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 weintrauben kenne ich egal weinbeeren hagebuttenschalen rosenblütenblätter rote johannisbeere cranberries und ringel blumen blüten lecker und ich habe auch tee eier und ich muss ehrlich sagen guter loser tee schmeckt verdammt gut und man auch wenn dieser mesmer und teekanne auch super toll ist aber bei losem tee man schmeckt schon unterschiede mega guckt mal wie schön das aussieht lecker vielen vielen lieben dank und da ist auch richtig viel drin 100 gramm fit via punkt kommen vielen lieben dank wirklich hammermäßig freue ich mich mächtig drüber vielen dank ich weiß echt nicht was ich dazu sagen ganz 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 lieben dank tee ja ich weiß nicht momentan bin ich tatsächlich ein tee junkie habe auch jeden tag jetzt schon durchgezogen und es schmeckt mir auch sehr gut so dann haben wir hier erstmal das süße hitchhies hitchhies kenne ich noch aus meiner kindheit ich meine ich bin jetzt auch erst 30 aber hitchhies waren früher immer ein muss und einmal haben wir hier tropical mix und ich mag ja auch wie heißt es kaubonbons ich habe hier immer neben mir ein einmachglas stehen heißen einmachglas ein glas ein altes marmeladenglas hier sind jetzt aktuell noch mau ams drin die unbeliebten in zitrone und orange und da fülle ich mir dann so eine ganze tüte immer rein aber nicht nur kaubonbons auch gerne schon mal wein gummis weil dann bleiben sie halt in dem gefäß frisch so tropical mix tropical köln aus köln sind hitchhies wusste ich gar nicht tropical besteht aus melone ananas maracuja und passions frucht würde ich sagen oder ist maracuja sowieso eine passions frucht alles ist irgendwie passions frucht sehr cool hitchhies sind cool und hitchhies im bubblegum geschmack das finde ich auch sehr interessant bubblegum back to the nineties ja ich weiß noch ich bin ja auch 90er kind also 91 geboren ich war noch relativ jung in den 90er jahren aber alles war früher irgendwo mit bubblegum alles war kaum mega cool freue ich mich sehr die zu probieren weil kenne ich nicht ich kenne nur die ganz normalen hitchhies dann haben wir hier wie ihr schon gesehen habt ein badezusatz hab dich lieb ja ich dich auch sehr mit himbeere und preiselbeere und ich weiß dass es lecker riecht schön dass es dich gibt auch schön ja habe ich auch schon öfter mal gehabt das ist auch was was ich auch immer gerne mal nachkaufe weil es wirklich finde ich sehr lecker riecht ich liebe auch himbeere auch himbeere ist meine liebkings frucht so und dann haben wir hier einen umschlag da musste ich ein bisschen grinsen du hast mir bordüren mitgeschickt aber ich sehe gerade das sind nicht die die ich dir geschickt habe okay doch du hast mal erwähnt du hast selbst ganz viele verschiedene davon gibst du mir wiederum was ab genau so war das und da sind noch sticker drin und auch wieder so schön und auch hier die folie die ist toll kann man einheften kann man hier sogar noch beschriften und das a4 ich liebe a4 folder die auch halt aus dickerem plastik sind und da war ich ultra gerne schnipselpapier auf so habe ich mal gerade weg getan damit mir nichts dran kommt und hier haben wir einmal ein klitzer steinbogen mit rosanen quadraten aber in rauten form angerichtet kann man natürlich auch einzeln benutzen so mache ich es meist und hier die sind ja auch so schön borten sticker embossed gott und toll da ist ein anderer und das sind jeweils die gleichen vier mal dieser bogen da ist noch so glitzer drauf die sind so schön und das hat der hand tritt das habe ich durch euch ich weiß durch euch dass das hand tritt heißt ich wusste nämlich den namen vorher nicht also vielen lieben dank die die mir vor ein paar monaten damit weitergeholfen haben wunderschönes dicker ich liebe bordüren also wirklich es gibt viele sachen die ich liebe es gibt natürlich auch sachen die ich nicht mag aber bordüren glitzer ach ich weiß nicht es gibt recht wenig sachen die ich nicht mag zweimal zweimal diese die finde ich besonders schön die finde ich ja besonders schön besonders das hier sehr sehr schön vielen lieben dank oh man und hier haben wir ist aber auch eine sehr stabile folie wo das drin ist ich mache mir da den taser film hat das ist so eine einstecktasche und ach jemini glitzerstein bordüren was gibt es schöneres einmal rote glitzersteine ich muss ja auch sofort wieder hier rein dann habe ich mir nicht alles auf einem haufen ebenso die ne den lasse ich einzeln und dann haben wir diese hier ich liebe sie und das sind tropfenformen und die silbernen sind aber schön oh jemini und die sind so ja irisierend in zartrosa auch das ist eine schöne farbe grün hellblau die sind so schön weiß auch was in die schön und die benutze ich auch einzeln die finde ich als strang viel 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 zu schade gelb und hier auch noch mal ganz ganz zartes rosa auch die sind so schön und hier was haben wir hier silber silber und gold und das sind alles metallik dinge das sind nicht diese durchsichtigen sondern das alles metallik nein wie genial ich habe nur silber und gold mir mal bei ali gekauft weil ich unbedingt silber und gold wollte und nein ich war euch flipp aus alt rosa das ist und kann metal silber schwarz und nein ich flipp aus auch sind die genial richtig durchgefärbte metallik auch sind die toll und nein auch sind die super die schneide ich mir die hälfte die eine hälfte verwende ich die andere hälfte verwahr ich und hier haben wir noch mal hier von denen vielen vielen lieben dank die sind der wahre wahnsinn der pure der pure wahnsinn und ich will nicht dass mir was abhanden kommt so dann ach ich dummes sau guck mal hier ich hab euch noch gar nicht die post hätte ich vielleicht mal als erstes machen sollen genial guckt mal schwarz holo und nein was ist das toll ja jetzt seht ihr es nicht holo ist immer am besten wenn es unscharf ist seht ihr wenn es unscharf ist sobald es jetzt gleich scharf ist sieht man es nicht mehr oh nein was ist das hast du mit glitzer bestreut oder war das glitzerpapier oh nein toll und ein watercolour herz dicke karte und holo regen vier schneeflocken die ist so schön so schöne schlicht und die sind auch noch so bunt schimmernd die glitzersteine toll so ganz langer brief mit einem engelchen und auch noch mit gold besprenkelt hi liebes endlich mal dein adventskalender ich habe es geschafft dir den zu schicken ich hoffe dass dir die sachen gefallen und du kannst auch was damit anfangen wenn nicht kannst du es weiter vertauschen wünsche dir und deiner familie noch ein schönes weihnachten und einen guten rutsch ins neue jahr und bleibt alle gesund hab dich lieb deine nancy ach nancy vielen vielen lieben dank ach ich freue mich so tierisch und heute kann ich ja dafür noch mehr päckchen aufmachen schon wieder so ein langes video ihr arm kommt seit tagen lange videos von mir und morgen übrigens auch vielen vielen lieben dank nancy ich freue mich natürlich mächtig und ich werde für alles denke ich mal eine verwendung finden und wie du ja schon geschrieben hast es gibt immer jemanden der eine verwendung findet falls nicht falls ich keine habe und hitti hat sie in videos gezeigt und zwar hatte sie mal ein holo nagellack gezeigt den wollte sie gerne noch mal haben ich hatte ihr im ersten oder zweiten türen einen anderen nagellack mit geschickt ist nicht der holo nagellack aber auch somit ja mit diesem crushed ice drin weil den holo nagellack gab es bei uns nicht und ich dachte mir lieber den als kein weil ich auch sehr schön finde wunderschöner nagellack und sie hat mir jetzt mitgeschickt dass sie auf jeden fall raus gemacht hat ja der ist echt mega den du da hast aber den habe ich bei uns nicht gesehen und zwar hat sie einfach papier damit bepinselt und dann wiederum einlaminiert das sind so lauter herzchen weißt du zufällig noch wie dein nagellack hieß welche nummer der hat weil dann gucke ich beim nächsten mal natürlich noch mal weil ich hatte mir auch schon mal holo nagellack da gekauft übrigens im teddy und den gab es in rosa und in einem anderen ton und ich weiß nicht ob ich kann nicht erkennen ob du den rosanen hat es auch in deinen videos kann ich nicht erkennen ob du den rosanen hattest oder einen anderen farbigen auf jeden fall holo nagellack coole idee das einzulaminieren und ja sehr sehr cool sehr cool ach holo ist böse ist böse so und hier haben wir noch wie genial sie hat sich mehrere memo blöcke kawaii memo blöcke gekauft und ich habe also notiz zettel schon nur und in jahr sie hat mir von den blöcken blätter abgegeben die werde ich niemals benutzen echt nicht die werde ich sammeln immer so zwei oder drei blöcke blätter sind dass hier sentimental circus geht leider nicht nicht alle durch ich gucke mir die dann mal in ruhe an weil ich will das video jetzt auch nicht unnötig zu lange machen my little twin stars die sind so goldig die my little twin stars hier sind pandas auch wie goldig wie goldig einfach nur und hier noch große und hier sumi kukurashi oder wie auch immer ich bin ja auch so froh dass ich wieder ein paar blätter habe auch mensch da wie süß ist das amy von amy und tim ja na klar auch nein das ist mein allererstes zeug mit amy und tim und und die glücksbärschies och jemine ich müsste mein geld echt noch etwas anderes ausgeben space explorer jetzt habe ich gleich doch alle gezeigt ich mache jetzt mal ein bisschen schneller das sind die goldig alle miteinander da sind noch mal pandas pandas die wale das ist ja sehr genial vielen vielen lieben dank sie werden hier wieder in diese tüte wandern und dann in eine box wandern und diese box wird immer rausgeholt wenn ich mich glücklich machen möchte sehr genial vielen vielen lieben dank so und jetzt haben wir hier noch was ja ich öffne jetzt das weil ich weiß was drin ist die anderen sachen sind zu verpackt da haben wir auch so auch so ein holo ich habe es drauf geklebt mache ich gleich ab und eine richtig schöne dicke fette schleife und schönes knisterpapier 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 erst mal die schleife retten knisterpapier 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 Da hat sie mir das Papier, da war ich auch auf, da hat sie mir jetzt schon mal ein Bild gezeigt. Den hat sie, glaube ich, im Tedi oder so günstig bekommen. Oh, ich tue den Inhalt gerade mal rausnehmen und umdrehen, damit ich nicht sehe. Und ja, da musste sie ja an mich denken und das ist ein Steampunk Zylinder. Oh, ist der cool. Da ist ein Reißverschluss dran und das ist aus Moosgummi. Der ist ja cool. Der hat eine richtig gute Qualität für so Karnevalszeug. Der ist richtig stabil, ist nicht so wabbelig, richtig stabil. Ja, der wird als Deko bei uns auf jeden Fall im Wohnzimmer landen, weil wir haben es halt ein bisschen mit Voodoo. Wir haben es schon mal erzählt, auch HR Giga und so lieben wir es sehr, Alien und so Zeug. Da wird der gut hinpassen. Ich denke mal neben dem Fernsehen, der ähnlich benutzt wird. Sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank. Muss ich sofort auf Seite legen. So, und dann haben wir hier, das ist so schön, Bastelpapier. Ich habe es schon öfter mal gesehen in Holz. Bei uns habe ich es schon liegen sehen für den normalen Preis, aber dann war es auf einmal weg. Oh, es ist so schön. Marble und Galaxy mäßig. Es ist so wunderschön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und das hier, das ist Marble. Das andere war ja auch so ähnlich. Ach, es ist so schön. Oh nein. Ja, ich liebe es. Ich liebe, 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 liebe es. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, ich mache aber den Adventskalender einzeln und ja, ich mache zwei Videos. Vielen lieben Dank. Hammermäßig. So, und dann haben wir hier eine Pflegeseife Milch und Honig. Sehr süß. Sehr, das packe ich mir in meinen Kulturbeutel für unterwegs. Und hier habe ich noch eine Pflegeseife Scherbutter. Sehr genial. Wie gesagt, kommt in meinen Kulturbeutel. Lege ich hier mal sofort auf die Seite. Also, so, dann noch mal selbstgemachte Sachen. Oh, die sind auch so schön und es glitzert und funkelt. Oh, so goldig. Und hier, süß. Wunderschön. Du bastelst echt sehr, sehr süße, schöne Sachen. Wunderschön. Toll. Megamäßig. Vielen lieben Dank. Dann hier noch was gebasteltes. Ein Magnet. Ein Magnet. Komm raus. Das Tütchen verware ich auch. Das kommt hier zur Seite. Und zwar mit Bunt. So schön. Der ist toll. Wo habe ich hier ein Magnet? Nur hier meinen. Ja, hat sofort einen Platz gefunden. Allerdings vorerst nur an meinem Dings. Ach, an meinem Dings. Toll, Christina. Wie nennt man das? Tischbein. Aber es kommt gleich mit runter in die Küche. Und hier, sie hat mir, da musste sie wohl an mich denken. Das habe ich auch schon in Holz von ihr gesehen. Aus dieser 1 Euro Tee, die Aktion. Diese wunderschönen beiden, beiden Perlen. Sei es, drei Perlen. Zwei Döschen. Wunder, wunderschön. Kommt gleich. Meine mache ich sofort, damit ich weiß, wo es ist. Nee, da nicht in meine Perlenschublade kommt. So. Hammermäßig. Hammermäßig. Und hier haben wir noch zwei Päckchen. Und zwar darfst du zwischendurch auch packen. Und da ich jetzt dabei bin, mache ich es jetzt. Hab ich was übersehen? Sie hatte mir zum Beispiel auch Sargstandsschablonen mitgeschickt. Aber vielleicht in die am Adventskalender. Mal schauen. Kannst du zwischendurch aufmachen? Steht halt immer drauf. Ach Mensch, so genial. So süß. Ja, im Frühjahr mache ich bei mir auch nochmal Tabula Rasa. Aber im Frühjahr kommt sowieso so viel auf mich zu. Hier haben wir Carbo-Chance. Oh. Carbo-Chance. Also richtige Carbo-Chance. Aus Glas. Oh, mit selbstklebenden. Backing, glaube ich, oder? Ist das selbstklebend? Weiß nicht. Müsste ich testen, wenn ich es benutze. Ach nein, wie goldig. Guckt mal. Ach, wie süß. Oh, nein. Da, Peter Pan, oder? Und die hier, die lege ich mir mal gerade. Oh, das ist Halloween. Halloween. Oh, die Katze ist toll. Geisterschloss. Und ein Eis. Und Drachendinger. Und auch immer zweimal, sodass ich mir Ohrringe rausmachen kann. Ich glaube, ich habe sogar noch ein paar Ohrringfassungen, wo die reinpassen. Dankeschön. Sehr, sehr süß. Und Tütchen wird auch aufbewahrt. Und hier, kannst du aufpacken. Lecker. Ich weiß, was drin ist. Ich habe mal in einem Video gezeigt, dass ich mir ein 40er Pack Mentos Lakritz gekauft habe. 40 Rollen. Also einen ganzen Karton. Und sie hat das gesehen. Und ich habe es auch gefühlt. Sie hat es gesehen und hat mir auch Lakritz gekauft. Ja, cool. Ah, das ist aber Lakritz Minz. Das ist geil. Ich habe nämlich nur Lakritz. Das ist Lakritz Minz. Und ja, das ist sehr geil. Sehr, sehr geil. Weil mir hat dann Sparina, glaube ich, geschrieben, Lakritz Minz muss ich ausprobieren. Oder war es Papier-Action? Irgendjemand hat mir geschrieben, du musst Lakritz Minz ausprobieren. Die sind noch viel cooler. Und Lakritz Minz kannte ich nicht, kenne ich nicht. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe nur die normalen Lakritz. Ich muss jetzt eins probieren, um zu wissen, wie die schmecken. Ah. Oder ich liebe auch die Airwaves Lakritz Kaugummis. Kaugummis, aber die gibt es auch nur in Amerika bezahlen. Also ich habe die Packung jetzt, ich habe hier noch eine, noch ein paar restliche. Die sind auch so toll. Black Menthol heißen die. Wenn man die bekommt, dann sind die arschteuer. Dann kostet eine Packung 1,30. Die sind jetzt aus Frankreich. Letztes Jahr hatte ich Hochzeitsreise nach Frankreich. Und in Deutschland habe ich die noch nicht gesehen. So, ich probiere jetzt. Mh. Mh. Oh, lecker. Mh. Sorry, dass ich euch jetzt einen vorkaue. Mh. Mh. Oh, lecker. Mh. 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 Ja, ihr denkt euch jetzt, boah, die Alte soll jetzt hier nicht so rummamschen. Nicht so rumstöhnen, aber mh. Lecker. Mh. Mh. Ach, lecker. Mh. Ganz toll. Ich muss mal gleich ein normales Sakritz als Gegenstück essen. habe ich jetzt nicht hier muss ich unten holen aber lecker ich schluck es jetzt gleich runter so ich habe von der geschluckt so was öffne ich denn zuerst in dem menu und raus bist du ich komme bei dem auszählen immer durcheinander ich weiß ja nie wer raus ist was darf ich dann öffnen das was raus ist oder das was nicht raus ist eigentlich das was raus ist raus egal ich bin so dumm ein pocket letter hätte ich jetzt nie im leben mehr tasten können hier ein scooby doo ich habe scooby doos damals geliebt geliebt ich habe auch noch irgendwo habe ich habe noch auf dem dachboden in meinem heimatshaus in meinem da wo ich so groß geworden bin habe noch so viel scooby doo bände aber ich komme nicht auf den dachboden hammermäßig und ein paris ich glaube den habe ich auch in einem deiner craft updates gesehen ein paris dinks weil so lauf paris mäßig oh und amy und tim unten sehr sehr schön mach das auch noch mal nein ist das eine süße idee sehr schön vielen lieben dank sehr schön danke ach jesa und wir kommen hier zum letzten es raschelt ein bisschen es ist ein karton der ein bisschen raschelt keine ahnung diamond painting ja cool für zwischendurch wenn ich die zeit finde wenn ich meine anderen diamond paintings habe wohl so ein kleines geht auch zwischendurch mal schnell diamond painting stickers habe ich dir die nicht geschickt ich habe doch auch schon mal ein diamond painting sticker und habe die glaube ich auch verschenkt oder habe ich so inne wird im frühjahr sich alles zeigen wo ich was habe manchmal manche kisten habe ich tatsächlich nicht aufgeräumt manche kisten habe ich wirklich nur noch gepackt und rein zwei kisten sind es alles andere weiß ich wo es ist aber hier wüsste ich jetzt auswendig tatsächlich nicht wo es ist ich weiß fast alles auswendig aber hier weiß ich jetzt echt nicht habe ich die verschenkt oder habe ich die noch ich weiß es nicht auf jeden fall diamond painting stickers mit diesen blumen sehr cool ja perfekt super ich danke dir für die ganzen zusätzlichen sachen ich mache mir gleich einen tee aber erst packe ich die adventskalender aus wenn ich schon mal hier oben sitzt dann sitze ich schon mal hier oben ja vielen vielen lieben dank auf jeden fall und wir sehen uns ja dann gleich direkt im anschluss mit dem nächsten mit dem adventskalender mit dem adventskalender video gleich wieder also ich danke euch fürs zusehen ich wünsche euch einen schönen tag und bis gleich tschüss 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 Vielen Dank.